Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie wir eigentlich so einen Dimmer bzw. Dimm-Schalter richtig ausbauen und somit ganz einfach gegen so einen einfachen Lichtschalter austauschen können. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch hierfür ist ein spezielles Video an dieser Stelle einfach sinnvoller. Und wenn das Ganze dann vom Strom jetzt genommen und somit auch spannungsfrei ist, schauen wir uns mal einen vereinfachten Schaltplan an. Im Moment kommen wir bei mir jetzt mit einer 3-artigen Leitung zu unserem Dimm-Schalter hin und von diesem Schalter geht es dann auch schon weiter mit einer 3-artigen Leitung zu unserer Lampe. Wenn wir jetzt aber unseren Dimm-Schalter gegen so einen normalen Lichtschalter tauschen möchten, müssen wir eigentlich gar nicht so viel verändern. Denn der Neutralleiter, der blaue hier, ist ebenfalls noch mit der Lampe direkt verbunden. Genauso der grün-gelbe Schutzleiter hier und nur beim braunen Außenleiter ändert sich jetzt etwas. Und zwar geht dieser nicht mehr in unseren Dimmer hinein, sondern in unseren Lichtschalter bei der Eingangsklemme L wird hier geschalten. Und bei der Ausgangsklemme, welche mit so einem Fall gekennzeichnet ist, geht es dann auch schon direkt weiter zu unserer Lampe. In der Praxis muss ich erstmal die Blende von meinem Dimmer hier vorne runternehmen. Dann normalerweise hier drin einmal so einen kleinen Sicherungsring gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben. Und dadurch löst sich jetzt nämlich auch schon automatisch der Rahmen hier, welchen ich auch entnehmen kann. Als nächstes löse ich die obere Befestigungsschraube und die untere Befestigungsschraube, beziehungsweise auch wenn es in einer Unterputzdose ist, hier einmal diese zwei schrauben. Und jetzt kann ich nämlich auch schon einmal meinen Einsatz hier aus meiner Hohlwanddose herausnehmen. Meistens sind die beiden Außenleiter hier braun. Der eine kommt von der Zuleitung, der andere geht zu meiner Lampe. Und diese muss ich jetzt erstmal von meinen zwei rechten Klemmen hier außen lösen. Hierfür muss ich einfach mal bei mir noch das Ganze aufschrauben. Und schon habe ich diese auch schon draußen. Der braune Außenleiter hier auf der rechten Seite geht zu meiner Lampe. Und der linke Außenleiter hier kommt von meiner Zuleitung. Und hier hinten sind die beiden blauen Neutralleiter und die beiden grün-gelben Schutzleiter auch schon richtig miteinander verbunden, weswegen ich das Ganze erstmal lassen kann. Als nächsten Schritt nehme ich mir meinen Schalter zur Hand. Hier kann ich erkennen, dass meine Leiter 10 bis 14 Millimeter abisoliert sein müssen. Wenn es bei dir nicht der Fall ist oder du wie bei mir zum Beispiel jetzt Schraubklemmen hier schon verwendet hast und das Ganze etwas beschädigt sein kann, dann am besten die Leiter nochmal entsprechend mit einem Seitenschneider kürzen und auf unsere 11 Millimeter dementsprechend abisolieren. Danach gebe ich den Außenleiter, welcher von meiner Zuleitung kommt hier oben bei L in die Klemme und der Außenleiter, welcher jetzt zu meiner Lampe weitergeht, hier unten rein, wo das Ganze mit einem Pfeil gekennzeichnet ist. Natürlich muss der Einsatz hier schon um 180 Grad gedreht Richtung Hohlwanddose schauen. Jedoch wollte ich es einfach nochmal zur Verständlichkeit hier so zeigen. Da ich den Außenleiter, welcher zu meiner Lampe geht, ja hier rechts anschließen kann oder auch hier links drüben. Der einzige Unterschied ist, dass wenn ich es rechts wie hier jetzt anschließe, dann wäre das Licht im Moment aus und sobald ich den Schalter nach unten betätige, wäre es an, so wie es im Normalfall auch sein sollte. Und wenn ich den Außenleiter hier links drüben anschließe, dann wäre mein Licht jetzt hier aus und würde jetzt angehen. Bei mir ist es jetzt aber richtig angeschlossen und jetzt muss ich noch hier links drüben einmal in meinem Fall die Schraube lösen, um einfach diese Spreizkralle hier entfernen zu können, denn diese ist nur für Unterputzdosen geeignet. In meinem Fall habe ich eine Hohlwanddose und im schlimmsten Fall könnte nämlich diese Spitze hier auch meine Leiter hier hinten drin beschädigen, weswegen ich es links und rechts mal raus mache. Wenn dann alles passt, den Einsatz mal bei den entsprechenden Befestigungsschrauben hineingeben, das Ganze mit einer Wasserwaage oder mit den entsprechenden Hilfslinien hier ausrichten und diese Schrauben hier ordentlich festdrehen. Bei einer Unterputzdose, wie gesagt, kann es auch sein, dass du entweder solche Schrauben hier dabei hast oder du benötigst jetzt diese zwei Schrauben hier außen, drehst diese im Uhrzeigersinn und dadurch werden die Grallen nach außen gespreizt und das Ganze hält in meiner Unterputzdose dann bombenfest. Im nächsten Schritt muss ich meinen Rahmen einmal noch hier aufsetzen, dann die Wippe natürlich richtig herum auch noch hier aufbringen, so dass sie überall sauber eingeklipst ist und dann mal hier oben noch die Blende auch drauf geben und schon geht der Lichtschalter auch. Zum Schluss gebe ich wieder Spannung auf mein System hier und dann kann ich nämlich auch schon den Lichtschalter mal auf Funktionalität überprüfen und ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus, weswegen wir jetzt auch schon einen Dimmer gegen so einen normalen Lichtschalter hier richtig ausgetauscht haben. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens einen Dimmer, einen normalen Lichtschalter oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.